Subta-Kandasana ist die liegende Knollenstellung. Yoga-Ausbilder Fabian bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Aus der liegenden Stellung fasse mit beiden Händen an die Füße und ziehe die Füße erst mal zum Bauch hin. Wenn es dir dann noch gelingt, zusätzlich die Fußsohlen auf den Bauch zu legen, ist es die volle Subta-Kandasana-Stellung. Aber es ist schon ausreichend, wenn du einfach die Fußsohlen geschlossen hältst und die Fußsohlen zum Bauch hingibst. Kandar heißt Wurzelknolle und tief im Bauch gibt es ein Energiesystem, das als Kandar bezeichnet wird. Und die Füße sind dann gegenüber diesem Kandar und auf diese Weise werden die Energiekanäle, die alle im Kandar beginnen, aktiviert und harmonisiert. Subta-Kandasana ist natürlich auch eine sehr gute Stellung, um die Lotus-Flexibilität zu trainieren. Sie trainiert die Abduktions- und Rotationsflexibilität der Hüftgelenke, zwei wichtige Flexibilitäten, die du für den Lotus-Sitz brauchst. Wer Subta-Kandasana gut kann, der kann auch gut im Lotus-Sitz sitzen.